hallo und herzlich willkommen zurück ja eigentlich nicht hier sondern ich bin zurück unser umzug hat ja wunderbar funktioniert und ja ich habe mir halt gedacht ich mache kurz ein info video sozusagen und genießen wir mal hier die schöne aussicht ich habe hier den ganzen wald abgerodet ja wir müssen auf jeden fall weiter bauen aber ich kann auf jeden fall sagen wir haben jetzt wieder internet so wie er hier ich und es kann wieder losgehen also ich werde jetzt auch wieder regelmäßig videos hochladen ich muss natürlich erst mal wieder welche aufnehmen aber das kriegen wir schon hin und ich freue mich auf jeden fall riesig ich hoffe ihr freut euch auch und ja ich hoffe dass man hier auf jeden fall wieder viel viel bauen können hier fallhalla ich habe mich einfach gedacht ich setze mich hier oben aufs dach und gucke mich ein bisschen rum ja und die meckert natürlich aber ja wie gesagt umzug ist perfekt gelaufen wohnung ist wunderschön und wichtigere ist wir haben nicht so ein schreihals als nachbar ich finde jetzt ähnlich sollen die schrotflitten erledigen ja dann würde ich sagen wir sehen uns auf jeden fall in den nächsten folgen wieder animaliker wird jetzt dann auch wieder mehr kommen 7 days to die sowieso und ich muss es mal probieren ich habe ja eigentlich vor mehr kleine horror projekte zu machen ich bin ja eigentlich ein schisshase das wisst ihr und es kann was geben es kann auf jeden fall was geben und ja da werde ich auf jeden fall aber jetzt dann auch vielleicht mal regelmäßig was machen dann sage ich auf jeden fall vielen vielen dank für eure geduld und wir sehen uns beim nächsten mal wieder tschüss